Okay, hallo Leute und jetzt kurz mit meinem Skins Spotlight. Wartet kurz, ich will mich da ein bisschen vergessen. Ähm, von? Verdammt, eigentlich nur zu vier Skins. Ein bisschen... Okay. Ein bisschen... Ähm, Acculti? Ein bisschen Accult? Ich glaub, ich weiß nicht viel. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ähm... okay. Diesen Agni-Skin, das Limited, äh, Limited Skin, den bekommt man aus dem, ähm, aus dem Adventure bzw. aus der Golden volt von der ... Die man nur öffnen kann, wenn man einen goldenen Schlüssel hat, den man nur aus den Adventure-Teilen bekommt und die kosten ja meistens neunhundert bis tausend Gems. Ich skimm mal ganz kurz bis gleich. Okay, gut, dann können wir kurz den Autotext. Das ist... ich hab auch den falschen... nein, verdammt. Komm, nochmal kurz zurück. Ja, ja, schön. Corona-Charge, 920 nehmen. Sorry für die Leute. Ich wollte eigentlich Change Team machen. Okay, dann erstmal hier zu Agnes Autotext. Preis in den Wänden ab. Man tut's nicht mehr enttäuscht. Okay. Ähm... Gut, das ist ein Nimmel-Skin, von dem es eigentlich viel erwarten. Mützenverwürdig, das wird nicht gut sein. Insgesamt schon vom Cardart her sah es schon ganz schön krass aus, wenn man schaut. Der hat eine Cthulhu-Satel und eine halbwegs normale. Schaut man da, die Köpfe. Sieht schon recht krass aus. Ähm... Was ist... Ist aber nur so... Wer einfach nicht stehen bleibt. Ich wusste gar nicht, dass... Dass... Dass sich eigentlich immer so viel bewegt. Krass. Ähm... Okay. Lass mich die Ausstiegsbettern. Das bret er ab. Okay, das ist aber nur so, ähm, lila Felsen oder so. Okay, ja. Irgendwie so. Auch beim Laufen, wenn man schaut, dass es, ähm... aus den Händen kommt immer... äh, kommt so lila eine Magie oder so. Okay, dann kommen wir mal zu eins. Breathe deep. Accept the agony. Uh. Sieht ja krass aus. Also ganz schön Romado. Und... Wieder einfach... Breathe deep. Accept the agony. Sieht krass aus, aber irgendwie die... Die zwei geht nicht weit genug. Damit man das wirklich gut sehen kann. Es sind halt, ähm... Mir fällt gerade mal auf... Dass das vom Schema her irgendwie, ähm... Sehr ähnlich ist wie von der, äh... Von dem ersten Season... Äh, von dem ersten Adventure... Äh, von... Von dem... Ach, sehr ähnlich wie der Poseidon Adventure Skin. Halt auch mit dem, ähm... Mit dem Gliedern ganzen... Auch mit den Zertagern und sowas. Okay. Accept the agony. Dann wollen wir mal zu drei gehen. Mal im Dash. Uh. Sexy. Der magst nicht Tentakel. Yay. Lose Corruption. Mal kurz. Okay. Sieht sehr interessant aus. Äh, dann kommen wir zur Ulti. Destruction. Ach, er erschließt immer die Teile, die über seinen Kopf sind. Bremse die Agony. Kann sein, dass ich aussehen vom Kudan runter bin. Destruction. Lose yourself. Burning Corruption. ich bin doch blöd im Kopf jetzt habe ich genug okay accept the agony okay voice pack dafür muss ich den Sound wieder lauter machen okay und ich möchte dich zu verlieren ich möchte dich zu verlieren ich bin auf der anderen Seite du siehst du wie du da passt ich weiß mehr jetzt als du nie wirst in 10.000 Leben die beiden von uns nicht immer aber wir wissen beide dass du absolut keine Chance hast wir werden dich entfernen ich möchte dich zu verlieren okay ich möchte dich zu verlieren dieses Deal funktioniert sehr gut except für den smell ich bin sorry aber es ist wahr ich weiß was er will hey Misery Destruction Ice Cream was Ice Cream ist es es Aber es ist wahr. Es wird so, als ob ich verhübsen würde. You....did! Fine. Just fine. Wow. Destruction! Destruction! Okay... Okay... Okay. 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 Oh man, hey Feierdome, kannst du den absoluten Leidens machen? So, hier drinnen stehen Schaden, wach... Wach tief! Ich wurde gefeiert... ...Mortalität... Okay, ähm... Gut, dann hab ich das doch schon wieder am Ende angedacht, krass. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt, schaut... Ich bin schon gerne auf meinem Kanal vorbei, da sind noch ein paar mehr Smile-Videos, auch andere Videos... ...und, hä, alle Skins, mal diesen Patch, den ich jetzt noch schon vorgestellt habe und sowas bezahlt. Das ist jetzt sogar der letzte Skin, den ich hier gerade aufnehme. Dann hab ich schon, hab ich alles schon glücklich, er weiße, abgedreht. Wuhu! Also... Ähm, schreibt gerne mal in den Kommentaren, wie ihr den Skin findet. Ich find den eigentlich... das wäre so cool gemacht. Ich find das... Lose yourself! Breathe deep! Ähm... Accept the agony! Das sind zwei verschiedene, ähm... Ich weiß nicht... Körper sind's ja nicht... Ich weiß nicht, ich find's... Ich find's lustig, wie die miteinander reden. Das ist... Gut. Ist auch gut gemacht, so. Ähm... Okay. Wie gesagt, schaut mal in den Kommentaren, wie ihr den Skin findet. Äh... Ich find den halt cool. Ist gut gemacht. Ich würd den mir vielleicht holen. Was ich nicht tue. Mal schauen. Vielleicht werden wir sehen. Okay. Gut. Dann danke... Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!